Okay. Mario's Another Game. abschlussrate 77 prozent okay dann wird da nichts hartes auf uns zukommen marius in also game start perfekte türen das habe ich mein mario sonst nicht okay okay und muss den stern moment okay verstehe ich weiß ja nicht das scheint nicht richtig zu sein das sieht doch richtig aus ich muss das timing auch abwarten und jetzt mit ja ich glaube ich habe es wieder verkackt was muss ich genau machen wir haben oben die teile geschießen rechts oben die bombe die explodiert und immer ein on off switch betätigt ich verstehe sobald das teil da ist springt okay das war ein bisschen schnell aktiviert ich verstehe ich muss stack spielen ich glaube ich habe es geschafft wow Das war's. Ah. Eine Art Laser. Nice. Ach, da am Ende war noch ein kleines Extra. Das hab ich nicht erkannt. Okay, komm. Noch ein Speedrun. Warum nicht? Ja. book frequently. Okay. Okay. Dann schauen wir uns doch mal die Superwelten an. Mal sehen, was es da so zu entdecken gibt. Harry 791 World. Super Nordic World. Milano. Macht mir das doch mal. Milano. Oh. Schönes Design. Stony Lift Shenanigans. Okay. Verstehe. Verstehe. Oh nein. Da hätte ich gedacht, man würde schnell reagieren können. Aber irgendwie. Nope. Und jetzt in der Mitte. Ha. Und jetzt wieder rechts. Verdammt. Oh. Oh, Mensch. Mike ist leise. Okay. Einfach nur doof. Aber egal. Da kommt ja gleich noch ein Pilz. Jetzt müssen wir nur noch... ...dass die Route merken. Jetzt war das links. ...dass die Route merken. Okay, damit habe ich mir noch weniger Platz gemacht. Diesmal nicht. Oh, oh. Ich wollte es in die andere Richtung schleudern. Ich wollte die Bombe in die andere Richtung schleudern. Okay. Na, war mal eins. Das ist schon sehr kurios. Kann man zur Note noch mal lauter machen, wenn es alles allgemein so leise ist. Ist aber ärgerlich. Wenn ich alles nur lauter machen würde, würde es... ...doller... ...weiten. ...weiten. Okay, das war beinahe knapp Run, Forest Die Feder Ja Ui Okay, und nächste Level geschafft Das war spaßig Ich will mehr Cape Levels spielen Die fehlen mir so ein bisschen im Spiel Die letzten zwei Welten Auf zu Pipe Dreams Pipe Dreams A little dream Let's go Was haben wir hier? Hä? Ich hab doch nicht mal die Pipe berührt Bin einfach runter Gepusht worden Again Was ist das? Oh nein Oh, das war knapp Hm Unglaublich Was? Oh nein Okay, okay Okay Oh no Gut, dass da das Ziel ist Super Das letzte Level Geschafft Auf zum Endboss Nachdem wir uns das Secret geholt haben Lass die Ballons platzen Okay, ich hab die Ballons platzen lassen Hab relativ schnell gemasht Aber ein Leben gekriegt hat Aber ein Leben gekriegt Das nenn ich mal ein Secret Ein Hoch auf Secrets Rios Pipe Castle Mal sehen, was dahinter steckt Ryu Oh Tanuki Tanuki Oh, Peace Ganz vergessen Pimi Der muss ja komplett aufgeladen sein Wenn man hier Was? Fliegen kann Warum hat das denn Der nicht geklappt? Okay 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 Ich hatte so ein Gefühl Da ist oben irgendwas Aber Ich glaube Ich bin Okay 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 Ich droppe Frames Tot Immer noch Ich bin im Oranginen Bereich Roten Bereich Nicht gut Ich wollte die Fehler haben So Ihr dürft euch nicht wundern Die Capture Card Ist ein bisschen schneller Als die Audio Als die Audio Deswegen manchmal bin ich Schneller fertig Als das Video angezeigt wird Okay Save Auf Save spielen Wie konnte mich denn Wie konnte mich denn Die Stille noch treffen Jagerlich Oh Mensch Das hat nicht geklappt Jetzt aber Jetzt aber Ich habe noch genug Leben Alles gut Ich bin nicht erfreut Ich bin nicht erfreut Nein 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 pfff 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 noch geschafft es war ja relativ easy aber für mich zum ende gar nicht mehr so einfach da sieht man man braucht rübung welt abgeschlossen